Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmals König-Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm, dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob, ausgezeichnet Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ja, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber sie ist keine Hexerin, weil sie diesen Prozess, glaube ich, nicht durchgemacht hat, so wie ich es verstanden habe. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen. Ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen. Nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Feigling. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ach so. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Ich will das nicht machen. Die verliert noch ihr Schwert wegen mir. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen. Ich muss aufs Weiße, nehm ich mal an. Okay, macht sie automatisch. Das ist gut. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Dann lass mich auch drücken. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hat er genauso eins. Das ist links rum, ne? Dein Schwert gehört mir. Das werden wir ja sehen. Zeug ihr, wie es geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab das bei Red Dead Redemption immer schon gehasst, wenn ich da, äh, diese Wettkämpfe gemacht habe. Nein. Du darfst mich nicht überholen. Wo muss ich hin? Du bist scharf auf das Pferd, was? Lauf! Hat er genauso eins. Boah! Wo bist du jetzt langsamer geworden? Du bist Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Ich habe noch eine Chance zur Gewinnung. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein. Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Nein, ich will nicht Quint spielen. Obwohl ich da auch ein Add-on installiert habe, weil ich mag Kartenspiele, aber nur in der Realität. Und ich hasse, ehrlich gesagt, Kartenspiele in irgendwelchen Spielen, weil es hat für mich nichts mit diesen Spielen zu tun. Genauso wie in Teso. Das ist total langweilig. Ich würde gerne was ausprobieren. Also man soll das angeblich überspringen können. Ich möchte das mal ausprobieren. Ich habe gar kein Blatt. Keine Blätter, gar nichts. Aber wir spielen mal. Nee, danke. Jetzt kann ich die anderen Sachen gar nicht mehr machen, oder was? Oder kann ich noch irgendwie mit dir reden? Ja, okay. Dann können wir das doch mal machen. Also am Ausdruck müssen wir nochmal ein bisschen arbeiten. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein themerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere Besatteure oder gebrochene Männer schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Wie geil. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ach so. Er steht auf der Seite der Schwarzen. Okay. Ist dir was über Hexen in Wehlen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern geb ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles überall auf ihren Wegen. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Ich sag nur die Hexenprozesse. Wo unheimlich viele Leute damals gefoltert worden sind. Kann ich mir hier noch irgendwas einsammeln? Tür. Da hinten war, glaube ich, noch ein Kuh. Ich will sagen, im Dorf gäbe es ein Mädel, das dich für ein paar Essensreste ranlässt. Und zwar keine zahnlose Alte. Die soll jung und zart sein. Bitte, was? Haben die sonst noch irgendein Problem? Ähm. Muss ich denn? Alle bleibenden Spuren. Okay. Aber ich hab immer noch diese komische Truhe hier drin. Ah. Achso, klar. Das war das Lagersymbol. Ah. Haben wir denn? Wir haben aber nichts im Lager drin, ne? Aber wir öffnen das mal. So. Aber wir könnten theoretisch, damit wir das nicht alles mit uns rumschleppen. Stufe 11. Ich hoffe inständig, dass das Lager dann auch überall ist. Was ist das denn? Spaltbolzen. Achso. Okay. hoffe ich jetzt inständig, dass wir alles, was wir noch nicht tragen können, tun wir mal hier rein, dass wir von überall auf das Lager Zugriff haben. Das hoffe ich wirklich inständig, weil es wäre doof, ne? Die natürliche Unklarheit von Flüchten von Lydia von Bredeport. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwärmen. Quest aktualisiert. Hallo. Darfst du es gerne aufnehmen? Ein Kreisel. Spielzeug von Kretka. So, das hatten wir jetzt alles. Ja. Dann müssen wir jetzt mal kurz gucken. Wir haben das ja jetzt irgendwie so parallel. Spiel findet Tamara die Tochter, untersuche alle verbleibenden Spuren in Wehlen und finde die Frau des Barons. Ach stimmt, da mit der Hexe waren wir auch noch nicht ganz zu Ende, ne? Und das gehört, glaube ich, hier zu Siris Fußstapfen, wenn ich das... Ne, Siris Zimmer, das ist ein Nebenquest. Geht zur Küche und sprecht mit Gretka. Lies das Buch, die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Da können wir schon mal nachgucken. Ne, Moment, das war das Erste, oder? Ja, natürlich. So, an meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf la Guevre. Kulturminister des Königkreises Temerien. Vizimia 1265. Wer da meint, sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einen anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Lyon Reinigung von allen negativen Gedanken Anstreben von Einssein mit der Welt Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist Eine Widmung für den Baron und seine Frau Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vizima Die Frage ist jetzt, äh Wo ist die Küche? Die wird nicht angezeigt, wobei Ich weiß natürlich nicht, wir sind jetzt das andere am Verfolgen Quest verfolgen, geht zur Küche Ah Ah, okay Das scheint wirklich zu sein Dass man einfach reingehen kann, solange keine Wachen daneben stehen Ja, das ist ja cool Ähm, Greta durfte die da hinten Ne, Gretka vor allen Dingen, das ist die Kleine Du bist also Gretka Genau Und du bist Geralt Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht Ciri hat mir von dir erzählt Ja Du und Ciri habt wohl viel geredet Oh ja Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund! Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten Ja, nee Ich denke doch nicht, dass wir das sind Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciri's Zimmer gefunden Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt Schade, dass sie gehen musste Weißt du, wo Ciri ist? Nein Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht Und da war sie weg Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen Ein Geschenk? Ja, das hier Ein grünen Stein Ein richtig schönes Geschenk Versteck ihn gut Zeig ihn keinen Er ist sehr viel wert Ja Danke, Gretka Viel Spaß Aber ich spiele nicht Ich helfe Davon gehe ich aus Okay, ähm Tötest du die Monster? Alle? Haben wir jetzt noch eine andere? Ich hab's jetzt gar nicht so richtig Ne, das ist komplett abgeschlossen, ne? Hol die Werkzeuge aus der Waffenschmiede von Achso, stimmt, da muss ich ja woanders noch hin Ja, das läuft ja quasi alles so nebenher So, dann machen wir das jetzt weiter Gehen wir erstmal hier raus Hm, da Und ich befürchte, dass das Warteexer Wenn du meine Tochter findest Gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm Okay Ich nehme mal an Dass die irgendwie sentimentalen werte Ähm Ich bin jetzt gerade Mal schauen Hier war doch irgendwo Nutzen Jetzt darf ich das wieder nicht benutzen So, Gegenstände wurden aufgewertet Der Schmied, kann der mir helfen Und meine Rüstung irgendwie reparieren oder so? Wie kann ich helfen? Hm Ne, Rüstung anfertigen will ich nicht Hm Ne, dann Ich dachte, der kann die reparieren Leb wohl Hm Wer arbeitet doch vorher an? Komisch Ich weiß auch nicht Woran ich erkenne Na komm, geh rüber Äh Woran ich überhaupt erkenne Inwiefern die Jetzt Beschädigt sind Die 68% Heißt noch nicht, dass die nur 68% In Stand sind, oder? Oder vielleicht doch? 66,45 Hm Moment Hier ist noch ein Anschlagbrett So, das nehmen wir einfach mal alles an Und tada Haben wir jede Menge Neuer Quests Was ein bisschen viel ist, zugegebenermaßen Okay, aber wir wollen natürlich jetzt Erstmal hier oben Äh Genau, da müssen wir hin Wir können Theoretischerweise zum Galgenhügel Hm Ochsenfurt Oder Ochsfurt Ich hab's jetzt nicht Passierschein Ja, ich habe einen Ähm Lass mich mal sehen Da fehlt ein Siegel Das Rote Nicht möglich Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe Kommt vor Na schön Du kannst durch Mhm Du kannst passieren Aber dann bitte mitfährt Kommt, Plötze Wir gehen da durch Vorsichtig Vorsichtig So Ich hab jetzt allerdings keine Ahnung, wo es jetzt hingeht Wir wollen jetzt hier natürlich die Leute nicht umlaufen Diese gestalten lassen sie rein Skandalös Diese gestalten lassen sie rein Skandalös Okay, hier haben wir schon mal eine Schnellreise Das ist gut Was zum Teufel Ähm Kaum zu glauben, dass Nienke mit Hexerei zu tun hatte Dieses nette alte Großmütterchen Hat sie eine schwarze Katze? Oh ja Je schneller unsere Jungs die schwarzen Katze Je schneller unsere Jungs die schwarzen Katze Je schneller sind sie wieder zu Hause Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, heure einen Hexer an? Willst du Gerechtigkeit, heure einen Hexer an? Ja, das ist doch nett Kann ich das? Nein, kann ich natürlich wieder nicht von Plötze aus machen War ja klar Aber wenn wir schon mal hier sind Dann holen wir uns natürlich die ganzen Fragezeichen Ach Plötze Es tut mir wirklich leid Aber nein Wenn ich Hä? Wir sollen doch irgendwo Wieso habe ich hier tausende Quests? Ähm Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Deine Gegenstände wurden aufgewertet Oh, wie schön, dass die aufgewertet wurden Muss ich denn da rein? Hier oben? Drei Naja Was macht denn so ein komischer Vogel hier? Scheiße Hey 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 Ich denke mal, sie ist irgendwie da oben drin Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt rein? Abgeschlossen Streitlustig, wie? Ah Ich suche Tamara Die Tochter des blutigen Barons Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz Ich hole sie sofort Das riecht irgendwie nach Volle Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja Um zu sehen, ob du noch am Leben bist Ach ja Ich bin Geralt von Riva Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl Warte Wir haben uns nichts mehr zu sagen Du hast vollkommen recht, auf deinem Vater wütend zu sein Aber er sorgt sich um dich Nein, da hat sie nicht ganz recht Ja, ein Idiot ist er schon irgendwie Er ist kein Heiliger, das steht fest Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden Ich kenne böse Menschen Er gehört nicht dazu Zu schade, dass er es jetzt so viel Interesse an uns zeigt Besonders an meiner Mutter Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat Ich will ihn nicht verteidigen Aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat Und was ihr ihm bedeutet Wie schön, ich werde daran denken Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen Erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte Erzähl mir deine Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe Mit der Flasche in der Hand All die Jahre immer dasselbe Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück Dass die Möbel durch die Luft flogen Zum Glück gab es Krieg Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste Und die Streitereien Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug Und dann ihr Schluchzen Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe Mehr gibt es nicht zu erzählen Das Ganze mal 19 Das ist mein Leben Dann hatten wir genug, Mutter und ich Er war zu weit gegangen Und wir sind weggelaufen Ich nehme mal an, mit meinen 19 Meint sie 19 Jahre Das mit der Fehlgeburt Ja, sie müsste das ja eigentlich wissen Ich bin schon ein bisschen neugierig, ja Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber Ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte Alles seine Schuld Er hat sie geschubst und sie fiel hin So fing alles an Wir waren allein, niemand half uns Überall Blut Die schrecklichste Nacht meines Lebens Es tut mir leid Muss schlimm für euch zwei gewesen sein Mutter stand unter Schock Sie schrie, es sei besser so Und dass sie das Kind nie wollte Sie muss Fieber gehabt haben Und hat die ganze Zeit über geblutet Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen Als noch ein Kind von ihm zu bekommen Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten Plötzlich schrie meine Mutter auf Krümmte sich und fiel fast vom Pferd Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald Ich wusste nicht, was es war Und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete Sie warf Bäume um Noch nie hatte ich so große Angst Das Ding schnappte sich meine Mutter Und verschwand im Wald Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen Du weißt aber, dass das nicht einfach wird Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte Ich habe Freunde, mächtige Freunde Sie werden mir helfen Was ist mit dem Vater? Na, ich glaube, da ist es nur ein bisschen zu früh Darüber zu fragen Klingt aber nicht besonders einladend Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem Ist mir egal Ich gehe nicht zu ihm zurück Dieser Teil meines Lebens ist vorbei Ein Hexer Sian Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monster schlechter anheuern würde Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein Schön, dass du weißt, wer ich bin Aber du hast dich mir nicht vorgestellt Graden Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien Ach Sicher hast du schon von uns gehört Ja, ich erinnere mich dunkel Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern Finde dich damit ab Wie schön, dass du an mich denkst Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen Hm Wie großzügig Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen Interessant Äh, ja Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen Sie hat Schlimmes erlebt Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wiedergutmachen kann Auf Wiedersehen, Hexer Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren Hoffentlich weißt du, was du tust Leb wohl Und viel Glück Und was hat er jetzt mit der Katze? Ich meine, ich finde die auch süß Lecker im Maul Aber mit der kann man leider nichts machen oder so, ne? Die ist schon sehr süß Ja Guckt ja gerade keiner zu, ne? Dann können wir hier mal so ein bisschen Ein bisschen die Dinge mitnehmen Und Das können wir nur aus und zu machen Mysteriöser Brief Oh, wir können ja auch hoch Ich meine, wenn sie da schon Oh, kann man das Ah Cool Okay Ich wollte gerade sagen, ich hoffe hier Oh Ich wollte gerade sagen, ich hoffe hier ist keiner Und ich drehe mich um und da sitzt natürlich direkt einer Macht der irgendwas, wenn ich hier Ich kann den nicht mal ansprechen Aber den stört das offensichtlich auch nicht, dass ich hier in seinem Schlafzimmer rumwühle und alles Von daher ist das alles schon nicht so schlimm Gut Äh, aha Da können wir noch was nehmen So Märchenhaftes Herzogtum voller Wunder Okay Ich mache hier überall immer nebenbei Äh, das Feuer aus Das ist auch nicht schlecht Okay, das können wir aber nicht zufälligerweise machen Ja Sprich mit dem Barom über Tamara Ich würde sagen, das machen wir heute noch Ich reise jetzt eben zurück Das kann ich wahrscheinlich auch mit der Schnellreise machen Ich reise eben zurück und wir sehen uns dann gleich beim Baron wieder Bis gleich So, der Baron sitzt wieder im Garten So wie es aussieht Neue Markierung, Eingang Okay Och, dann spring einfach da runter Mein Gott Och Das war vielleicht doch ein bisschen tiefer, als ich gedacht hatte Okay Gucken, was man hier mitnehmen kann Da ist noch was Ähm Ich dachte jetzt eigentlich, der Baron ist hier Ich bin jetzt leicht verwirrt Hä? Mein Ziel ist auf jeden Fall darüber Okay Ja, aber ist kein Thema Ich meine, so sind wir immerhin jetzt durch Zufall mal hier unten vorbeigekommen Ich bin etwas verwirrt, wie gesagt Aber okay Er scheint doch drinnen zu sein Deswegen suche ich ihn jetzt mal eben im Haus Aber cool, dass wir da jetzt einen neuen Bereich gefunden haben Achso Habe ich nichts gegen Du da Weißer Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Was will der von mir? Egal So Ach, da ist er doch Ach, ich bin ja auch so doof Ich höre Womit kommst du zu mir Nee, ich will diesmal nicht spielen So Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß Sie hat die Puppe weggeworfen Weggeworfen? Götter Ich dachte Trotz allem Oh Hm Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues Aber ich bin ihr auf der Spur Was hältst du dann Maulaffenfeil? Finde sie Mein Gott, da stand drin, dass ich mit dir reden sollte Bis dann Und das wollte ich auch tun Na gut Dann würde ich sagen Untersuch alle verbleibenden Spuren in Wählen Und finde die Frau des Barons Ich denke mal Das wird noch ein bisschen dauern Bis wir die Frau dann auch gefunden haben Und wenn wir sie finden Wird es dazu sicher noch eine eigene Geschichte geben Entsprechend würde ich sagen Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut Und machen den Teil mit der Mutter Also mit seiner Frau Dann in der nächsten Folge Bis dann Ciao